Auf dem Weg zu uns ist der springbetonte Sieger Hengst seiner Führung zu Redefiel. Im Dezember 2022, aus der belgischen Sucht, hier ist der Sohn des Zalovey und Heartbreaker. Hier ist Guy Breaker. Als Sprengexperten haben Sie ihn natürlich noch in bester Erinnerung. Diesen Sohn des Zalovey, Zalovey selbst als Sohn des Galovey und Polidor. Der Weltkampfinalsieger unter Christian Alman mit der Mannschaftsbronze Medaille dekoriert. Bei den Olympischen Spielen zu Rio de Janeiro als Teil der deutschen Mannschaft. Da steckt Kampfgeist drin. Nicht nur bei Kort, sondern vor allem bei diesem Vierbeiner. Ihn ziert die Schärfe des Siegers seiner Führung. Nein, sogar eine Wettbewerb des Oldes, Zalovey, Heartbreaker. Und da geboten durch...